Hallo liebe Ameisen, Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach ewig langer Zeit habe ich mal wieder ein Video für euch. Ja, ich möchte jetzt wieder aktiv neue Videos machen im neuen Jahr. Habe mir jetzt mal eine Pause gegönnt von ein paar Monaten von den Videos. Und ja, das hat zeitliche Gründe. Das sind Gründe wie Motivation und auch die Kreativität. Hat mir ein bisschen gefehlt. Meinen Ameisen geht es wunderbar, muss ich sagen, kann ich sagen. Und ja, wie ihr seht, sind sie gerade in der Winterruhe. Und wir werden jetzt mal schauen, wie es den Ameisen so geht. Ich habe wirklich extrem viele Videoideen fürs neue Jahr. Ihr könnt euch wirklich freuen. Wahrscheinlich kommt am Sonntag schon das nächste Video. Und ja, dann schauen wir mal, wie es meinen Ameisen so geht. So sieht es in der Box gerade aus. Alle Kolonien sind gerade in einem Reagenzglas. Dies wird es jetzt aufs neue Jahr definitiv ändern. Die Ameisen bekommen Nester. Und das werden ganz spezielle Nester sein, die ich noch nie so gesehen habe. Mir ist da eine coole Idee gekommen. Und diese werde ich euch dann präsentieren. Das nur so nebenbei gesagt. Und ja, jetzt schauen wir uns mal so zwei, drei Kolonien an. Ich habe keine Lust, da jetzt Dutzende Reagenzgläser rauszunehmen. Ja, ich nehme einfach mal zufälligerweise irgendwelche Kolonien. Und dann schauen wir, wie es ihnen geht. Ja, hier habe ich zufälligerweise eine kleine Lasius-Niga-Kolonie mir aus der Box geholt. Und ganz nett zu betrachten, eben eine kleine Kolonie, die gerade eine erfolgreiche und erholsame Winterruhe verbringen wird. Das ist eben auch so eine Kolonie, die zum Verkauf steht. Ja, ich werde im kommenden Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, einiges an Kolonien verkaufen. Noch mehr als früher. Da möchte ich ein bisschen erweitern. Und ja, eben genau solche Kolonien stehen zum Verkauf. Das sind hauptsächlich Lasius-Niga. Aber macht euch keine Sorgen, ich habe auch haufenweise andere Arten auf Lager. Und ja, die Tiere stören wir natürlich wie immer nicht zu lang. Und dann ziehe ich mir noch eine zweite Kolonie raus. So, als nächstes habe ich hier meine Tetramorium-Caspitum-Kolonie rausgezogen. Ja, diese hat sich, wie ihr jetzt seht, stark vermehrt. Einige hundert Tiere, schätzungsweise etwa 200 dürfen es mittlerweile sein. Ihnen geht es ziemlich gut. Leider einige Tote hier bei der Warte. Ich hoffe, das liegt nicht am Wassertank. Der ist nämlich leer. Und ein wenig Bedenken habe ich jetzt gerade. Ich werde mir jetzt das Ganze hier noch kurz anschauen. Und dann entscheiden, ob ich einen Schlauch anbieten soll zu einem weiteren Reagenzglas. Ja, da Wassermangel schon ein ziemlich qualvoller Tod sein wird, würde für die Tiere. Und das muss natürlich nicht sein. Und ja, dann ziehe ich jetzt noch eine letzte Kolonie raus. Bis gleich. So, und zum Schluss habe ich hier die Camponotus Herkuleanus-Kolonie herausgezogen. Auch hier leider ein fast leerer Wassertank. Ja, jedoch nicht ganz leer. Und ich weiß, die Tiere sehen wie tote aus. Aber das ist definitiv nicht so. Das liegt definitiv an ihrer Größe. Und das ist schon ein extremer Unterschied. Ich staune immer wieder, auch wenn ich es genau weiß, dass diese sehr groß sind. Wie extrem groß die eigentlich sind. Jetzt verglichen mit den Tetramorien von vorher. Oder auch Lasios Nigga. Das hier ist die zweitgrößte Art in Europa. Hinter Camponotus Ligniperdus, glaube ich. Und jetzt sehen wir gerade einige Tiere, die sich bewegen. Natürlich merken die, jetzt wird es schnell warm. Überall Licht und wir werden herumgeschüttelt. Das muss natürlich nicht sein. Trotzdem ist eine Kontrolle immer von Vorteil. So alle drei Monate. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe mal wieder ein Video gemacht. Und ja, dann melde ich mich wahrscheinlich am Sonntag wieder mit dem nächsten Video. Bis dann, euer Ameisenzüchter.